Hallo, herzlich willkommen heute zu einem Tag, und zwar der Entweder-Oder-Tag, den wollte ich heute mal mitmachen. Und zwar sind das immer zwei Begriffe und man muss halt immer sagen, was man von diesen Begriffen halt lieber hat. Ja, und das ist halt nicht so einfach. Bei manchen Sachen, ich habe mir das vorher schon mal angeschaut, ist es doch ganz einfach. Aber einige Sachen, da kann man sich doch ganz schlecht entscheiden. Aber ich fange einfach mal an. Und zwar geht das los, Dusche oder Badewanne. Das kann ich jetzt ganz einfach beantworten, und zwar Dusche, weil wir haben gar keine Badewanne. Ich hätte gerne eine, weil gerade wenn man so mal krank ist und sich so ein bisschen komisch fühlt, grippelig und kalt und so, dann hätte ich schon mal gerne Badewanne. Aber wir haben leider keine, daher Dusche. Augenbrauenstift oder Augenbrauenpuder? Also ich muss sagen, Puder kenne ich überhaupt gar nicht. Ich habe immer einen Augenbrauenstift. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das ist, Puder. Also Augenbrauenstift. Lippenstift oder Lipgloss? Ja, ähm, Lipgloss. Also für den Alltag Lipgloss? Ach, ich muss mich ja entscheiden, ne? Lippen. Ja, Lipgloss, Lipgloss. Tee oder Kaffee? Tee. Ostern oder Weihnachten? Weihnachten, da hat man länger frei. Citytrip oder Strandurlaub? Also da ist es ganz klar Strandurlaub, weil wir sind bis jetzt immer ans Wasser gefahren und ich könnte mir nicht vorstellen, einfach nur einen Urlaub zu machen in der Stadt oder so. Das könnte ich mir nicht vorstellen, daher Strandurlaub. Catrice oder Essence? Essence, Catrice ist auch ganz gut, aber Essence ist halt sehr günstig und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Produkten, daher Essence. TV oder Buch? Also, ähm, normalerweise würde ich jetzt sagen TV, aber ich lese im Moment so ein Hammerbuch und zwar, ähm, heißt das, das Rache-Spiel heißt das, glaube ich, von Arno Strobel. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ähm, ich habe die ganzen anderen Bücher von ihm auch schon und, ähm, ja, die sind echt spannend und man kommt dann nicht vorweg und dann könnte der beste Film laufen, echt. Also ich lese weiter. Ich habe es auch schon bald wieder durch in zwei Tagen und, ähm, ja, dann würde ich jetzt in dieser Situation sagen Buch. Ähm, Stoff oder Papiertaschentuch? Papiertaschentuch? Brauner oder Blasser-Törn? Brauner? Zeichentrick oder echter Film? Film, Zeichentrick? Pff, weiß ich nicht. Stehe ich nicht so drauf, finde ich nicht. Also doch, so Animationsfilme, die finde ich ganz gut. Und, aber so ganz normale Zeichentrickfilme, ähm, nee, muss ich nicht unbedingt haben. Burger King oder McDonald's? Burger King? Fischstäbchen oder Sushi? Fischstäbchen? Nägel lang oder kurz? Kurz. Ich würde sie gerne lang haben, aber ich schaffe das nicht. Also mit Haushalt und Arbeit, also mir bricht da immer irgendwas ab und ich finde das nicht schön, wenn man die Nägel so schön gemacht hat und, ähm, dann bricht die irgendeiner ab und dann hast du die anderen noch schön und einer ist abgebrochen und dann finde ich, passt das irgendwie nicht mehr. Deswegen habe ich sie immer, also nicht ganz kurz, aber ich habe sie schon ziemlich kurz, ne? Geld sparen oder Geld ausgeben? Geld ausgeben. Geld sparen wäre natürlich vernünftiger, aber, ähm, ja, Geld ausgeben. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Mein Video oder YouTube? YouTube? Ist ja wohl klar, brauche ich ja gar nicht überlegen. Stadt oder Dorf? Ja, Dorf. Das war's schon. Ja, das waren, glaube ich, jetzt 18. Ich habe mir die hier aufgeschrieben. Das waren jetzt 18 Fragen. Und, ja, ich habe diese Gutes geht jetzt beantwortet und vielleicht können wir mich dadurch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und, ja, das soll's schon gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!